Ja, dann nochmal herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Abend hier bei der Vorstellung von Snap, ein Marketing oder ein Network-Marketing, was wirklich gerade in Europa durch die Decke geht und ich stelle mich als erstes mal ganz kurz vor, ich bin Daniel, ich bin 41, bin Deutsch, aber lebe seit 23 Jahren in Spanien und werde euch heute hier einmal durch die Präsentation führen. Warum Network? Warum was anders machen? Ich glaube, das weißt du selbst, das kannst nur du entscheiden, der eine sucht einfach eine Abwechslung, der andere möchte was dazu verdienen, der andere möchte wirklich seine Zukunft verändern, ich denke am meisten, die wichtigsten Punkte kannst du selbst beantworten. Network, Network-Marketing, das ist die Industrie, die am stärksten zulebt. Ich vergleiche das immer wieder mit dem Online-Handel, kann sich noch erinnern, vielleicht 10, 15 Jahre davor, online, was ist denn? Heutzutage, jeder kauft online, also ich selbst kaufe wirklich fast alles online, außer die Lebensmittel, selbst das kommt und das Gleiche wird auch im Network sein. Das Network wird in drei bis fünf Jahren so verankert sein, dass man gar nicht mehr sagt, was ist Network, sondern man fragt einfach nur, wo bist du? Also die Zahlen geben hier recht. Und jetzt kommt natürlich das Unternehmen ins Spiel, Snap. Warum Snap? Snap, weil Snap hat sehr wichtige Faktoren, die dir bei deinem Erfolg helfen. A, neun Sektoren. Neun Sektoren, neun Bereiche, in denen wir arbeiten. Wir sind nicht nur lastig in einem Bereich, sondern wir haben wirklich eine Vielfalt. Kommen wir gleich nochmal dazu. Made in Italy. All unsere Produkte sind in Italien fabriziert. Der Marketingplan ist einfach, transparent, du kannst es umsetzen und duplizieren. Alle Webinare, alle Seminare sind gratis. Das heißt, wir haben wöchentliche Schulungen. Ja, wöchentliche Schulungen vom Produkt, sowie Strategie etc. Weil Wissen ist Macht, weil umso mehr du kannst und mehr du erfährst, umso mehr du weißt, umso besser kannst du natürlich arbeiten. Und das sind unsere Sektoren, in denen wir uns bewegen. Das sind A, Düfte. Wer kennt es nicht? Das klassische Geschenk natürlich jetzt gerade wieder. Ihr kennt es vielleicht alle. Ja, Valentinstag, Weihnachten. Wir haben wirklich qualitativ hochwertige Düfte, 20% Duftöle. Ja, dann Kosmetik, Make-up. Artikel des täglichen Bedarfs. Jeder duscht sich, jeder putzt sich die Zähne. Ja, also wir haben da wirklich eine Vielfalt. Kaffee. Was ist das Gute oder das Schöne an unserem Kaffee? Wir haben ein Gesundheitskaffee. Gano Derma. Das ist der Pilz des langen Lebens. Ja, ihr könnt, ihr wisst doch, Kaffee, man braucht nicht Kaffee erklären. Jeder trinkt heutzutage Kaffee. Ich glaube, von 10 werden 9 sagen, ja, ich bin Kaffeetrinker. Hier hast du ein tolles Produkt, ein Milliarder im Geschäft. Antischmerzgleitung. Ja, vor allem jetzt in der nasskalten Jahreszeit können wir hier helfen. Bio-Reiniger. Jeder heutzutage achtet. Ja, will nicht mehr die Chemiekeule einsetzen. Hier hast du einen Reiniger für dein ganzes Zuhause. Tolle Raumdüfte. Natürlich ein Riesenspektakel, ein Riesenproduktpalette. Das ist natürlich die Nahrungsergänzung, Gewichtskontrolle. Das ist das Steckenpferd von Snap. Snap ist mit diesen Artikeln groß geworden. Und das sind natürlich die ersten Produkte gewesen. Ich weiß, von was ich rede. Ich habe über 80 Kilo abgenommen jetzt in zwei Jahren. Also hier ist wirklich eine Breite und eine Tiefe. Ja, und wenn du einfach mal das vergleichst. Die Lebensmittel sind nicht mehr die Lebensmittel, was es heute sind. Ja, ihr sagt selbst, ja, die riechen nach Tomate, aber Vitamine sind keine drin. Und einfach mal ganz kurzen Information. Bis 1980 hat der Mensch circa 200 Kilo Lebensmittel im Jahr verbraucht. Jetzt sind wir bei 300 Kilo im Jahr. Also fast das Doppelte. Ist einfach mal was zum Nachdenken. Dann natürlich eine Riesenkollektion. Eine Riesenpalette ist Sport. Wie viele Menschen gehen ins Fitnessstudio? Wir können hier diesen Menschen helfen. Alles anti-Doping-frei. Und wichtiger noch, alles ist bei uns lizenziert und zertifiziert. Das heißt, jedes Produkt hat eine Zulassung vom Gesundheitsministerium. Und für all unsere Länder, in denen wir arbeiten, gibt es diese Zulassungen. Das ist ein Unterschied. Das sind unsere Zertifizierungen. Das Wichtigste ist natürlich in der Mitte Bio. Ja, hier hast du unser Bio-Gütesiegel. AIAB. Das ist wirklich ein Siegel. Ja, wenn wir im Bereich Bio reden. Jedes einzelne Produkt hat dieses Siegel aufgedruckt und hat selbst die Chargennummer beziehungsweise die Zulassungsnummer aufgeschrieben. Keine Tierversuche, für mich auf jeden Fall sehr, sehr wichtig und alles glutenfrei. Genau, Gewichtskontrolle. Ich habe es schon mal gesagt, bei uns ein wichtiges Steckenpferd. Ja, warum? Weil das natürlich der größte Markt ist und 40 Prozent der Bevölkerung ist übergewichtig. Und wir sprechen von einem Übergewicht von 1 bis 11 Kilo. Ab 12 Kilo sprechen wir von einer Krankheit. Fettleibigkeit. Ja, und dass das einfach mal bitte nicht vergessen wird. Wenn einer zu dir sagt, 30 Kilo zu viel, ich habe Übergewicht. Nein, dann sind wir hier schon in dem Bereich Krankheit. Und 40 Prozent ist übergewichtig. Ja, und von diesen 40 Prozent, 30 möchten Hilfe, eine Lösung. Und wir geben Lösungen. Wir geben Lösungen nicht aus dem Chemiebaukasten, sondern mit Produkten, die uns Mutter Natur gegeben hat. Und im Anschluss komme ich gleich noch ein bisschen mehr dazu und ins Detail. Und bevor wir jetzt mal weitermachen, haben wir hier mal zwei wichtige Argumente von Partnern, von uns, von der Alex und von der Anja, die einfach mal ganz kurz was berichten und die Alex soll mal loslegen. Hallo meine Lieben, ich bin C. Alexander und ich berichte heute über unseren Tee. Wir haben die Geschmacksrichtung Früchtetee und Geschmacksrichtung Zitronentee. Also für jeden Geschmack, was da braucht. Ich lebe beide Geschmacksrichtungen, anliebsten in der Magic Bottom. Und ja, dieser Tee ist einfach super, denn er ist sehr appetithemmend. Er ist gut bei Zellulite. Er ist, ja, das natürliche Abführmittel. Und er wird hergestellt aus den verschiedensten getrockneten Kräutern. Und was ich ganz wichtig finde, ohne Zucker, deswegen kann man ihn auch wirklich den ganzen Tag drüber trinken. Ich liebe diesen Tee und kann ihn echt empfehlen. Genauso wie alle unsere Snap-Produkte. Denn Snap steht wirklich für hohe Qualität, für zertifizierte Qualität und für das Bio-Sigeln. Also besser geht es gar nicht. Ich liebe Snap. Perfekt. Das war jetzt einmal ein ganz kurzer Einblick von der Alex. Ich weiß, Alex hat viel mehr. Sie liebt unseren Kaffee. Aber jetzt hier mal unsere Anja. Die Anja hat auch noch was für euch. Hallo. Bevor ich die Magic Bottom kennenzulernen durfte, fühlte ich mich nicht wohl in meiner Augen. Ich war abgeschlagen. Ich war nie. Ich fühlte mich aufgebläht, hatte Gewichtsprobleme. Und ja, dann durfte ich die Magic Bottom kennenlernen. Und ja, was habe ich getan? Ich habe einfach die Zuckarten gemixt. Und das waren unter anderem Real Fibre, Real Komplex, Real Vita, der Snap Mix Tee und zusätzlich unsere Aloe Vera Bio-Qualität. Und ja, was soll ich sagen? Sie haben mir geholfen. Ich schlafe endlich durch. Ich bin viel fitter, viel agiler und mein Gewicht geht runter. Und das ist bei uns sehr, 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 sehr genial. Und ja, ich freue mich jeden Morgen auf meine Magic Bottle. Also da habt ihr jetzt einfach mal zwei Argumente von unseren Mädels gehört. Und wie gesagt, die Magic Bottle, das ist einfach ein Hammerprodukt. Kommen wir im Anschluss dann auch noch mal ein bisschen drauf weiter rein. So, du bekommst bei uns alles mit dem Rabatt von 25 oder mit 50 Prozent. Und hier siehst du einfach mal ein Querbeet, was wir alles im Sortiment haben. Und da ist für jeden sein Gusto was dabei. Ja, und jetzt kommen wir erst mal aufs Wichtigere. Jetzt kommen wir natürlich auf das Unternehmen Snap. Snap ist nicht irgendein Unternehmen, sondern Snap ist erst sieben Jahre am Markt. Es ist ein junges Unternehmen, ein modernes Unternehmen. Wir machen mittlerweile drei Millionen Euro monatlichen Umsatz. Im letzten Jahr waren es um die 40 Millionen. Dieses Jahr wird angepeilt monatlicher Umsatz von fünf Millionen. Und dahinter steckt nicht irgendein Konsortium, sondern dahinter steckt eine Person. Eine Person mit 68 Jahren, der hat Energie wie ein 20-, 30-Jähriger. Aber Giorgio hier unten links zu sehen, hat Erfahrung. Er hat 20 Jahre im amerikanischen Network gearbeitet, war in Europa unter den Top 10 der Welt oder besten 10 der Welt, sagen wir es mal so, Italien die Nummer eins und hat mit Snap in sieben Jahren wirklich eine Geschichte gemacht. Das heißt, heutzutage haben wir über 130.000 Partner und wie viele Menschen hat das sein Leben verändert? Ich gebe einfach euch mal ganz kurz ein Beispiel. Wir haben bei Snap die Nummer eins. Das ist eine Rumänin mit einem Italiener verheiratet. Die hatte vor vier Jahren ein Leben, wo sie gerade rechnen musste, wie komme ich über die Runden, wie bekomme ich mein Geld hin, wie kann ich meine Kinder ernähren. Heute, dieses Mädel, 30 Jahre alt, verdient 80.000 Euro im Monat. Also, wenn die es geschafft haben, kannst du es auch. Da siehst du dieses Potenzial auch in diesem Unternehmen. Ja, es ist was Junges, was Modernes, was Frisches. Und warum Snap? Wie gesagt, es wird von jemandem betrieben, der Ahnung hat. Snap wird auch bekannt, allein über das Sponsoring im Fußball. Aber bei uns gibt es ein Produkt, ein Qualitätsprodukt zu einem Toppreis. Hochwertige Rohstoffe, Bioextrakte, ja. Und du hast einen Vergütungsplan, der dir sofort ermöglicht, Geld zu verdienen. Weil du als Partner möchtest Geld verdienen. Und das ist wichtig. Du hast klare Transparenz in deinem Backoffice. Du siehst alles in realer Zeit. Und du kannst wirklich alles eins zu eins, minutengenau einsehen. Das ist unser Team, das Power-Team, Power-für-Kraft-Team für Familie. Wir sind in Spanien, Deutschland, Dänemark, Österreich, Schweiz tätig. Es kommt jetzt Luxemburg dazu. Aber das ist nur unser Team. Du kannst aber, jetzt steht da, das muss ich ändern, in 39 Ländern Europas arbeiten. Wir sind mittlerweile in 40 in Albanien. Also wirklich in Frankreich, in Belgien, in England, in Schweden, in Norwegen. Wo du möchtest. Ganz Europa steht uns zu Füßen. Ja, und es sind auf uns, die warten auf uns. Du kannst loslegen. Und wie? Ganz einfach. Mit einem einzigen Link, mit einem einzigen Klick. Die Person, die dich hier eingeladen hat, in diese Präsentation, schickt dir einen Link. Du klickst drauf und hast die Möglichkeit Partner oder Kunde. Du registriert dich als Partner, füllst die Daten aus, bestätigst das Ganze per E-Mail. Und du bist Partner. Du musst bei uns kein Starter-Set kaufen. Du musst bei uns keine Verpflichtung eingehen. Ja, du hast hier wirklich alles mit deiner Registrierung. Ist dir alles offen. Du hast alle Zugänge. Und natürlich wichtig ist, das Produkt zu testen. Denn wir machen ein Empfehlungsmarketing. Wie willst du denn von dem Produkt schwärmen? Ja, ich sage immer, verlieb dich in das Produkt. Und dann empfiehlst du das mit einer ganz anderen Euphorie. Transportiere über deine Gefühle, über deine Euphorie. Denn was dir gut tut, möchtest du doch anderen Menschen auch ergeben. Möchtest du doch deiner Familie, deinen Freunden helfen. Wenn es dir hilft, warum nicht den anderen? Und das ist das Einfache. Und mehr wird bei uns gar nicht gemacht. Und hier hast du einfach dein Backoffice. Dein Backoffice, wo du alles in realer Zeit siehst. Wer ist neu in deinem Team? Welche Tracking habe ich? Wo ist meine Bestellung? Was fehlt mir zur nächsten Qualifikation? Das hast du alles da drin. Und das Schöne ist, du siehst die Punkte in realer Zeit. Aber nicht nur die Punkte, sondern auch dein Verdienst. Wenn ein Kunde oder ein Partner bestellt, siehst du direkt, was hast du verdient. Was ist dein Verdienst? Du musst nicht einen Monat warten, bis du dann irgendeine Abrechnung bekommst. Und wie oft ist mir das früher gegangen? Ich schaue drauf. Ah, so viele Punkte. Ach so, ich hätte eigentlich mit mehr gerechnet. Hier siehst du es wirklich genau zu dem gleichen Zeitpunkt, wo bezahlt ist. Siehst du es dann in deinem Recomitation-Sheet. Siehst du deine Abrechnung. Und das Schöne ist, deine Einnahmen, die du generierst, kannst du einsetzen. Bis zu 70 Prozent kannst Bestellungen tätigen. Du musst nicht mal aus deiner eigenen Geldbörse nehmen. Sondern du kannst im Produktionsmonat das einsetzen. Und das ist eine schöne Sache. Wir arbeiten mit einem Wallet. Das heißt, ein E-Wallet. Das heißt, so zwischen dem 6. und 7. wird das freigeschaltet. Dann hast du das verfügbar und kannst das abrufen. Jedes Mal am 15. ist dein Geld ausbezahlt. Du kannst das Geld aber auch stehen lassen. Du kannst dir die Hälfte überweisen, wie du es möchtest. Du kannst das als Sparbüchse nehmen. Das entscheidest einfach du. Und wie verdienst du bei uns Geld, ist ganz einfach. Mit dem Produkt, du empfiehlst das. Jedes Produkt hat einen Punktwert. Und über diesen Punktwert wird dein Bonus, beziehungsweise dein Rabatt berechnet. Als Partner hast du 25%. Als Supervisor 50%. Daran denken, über den Punktwert wird das berechnet. Und was ein Supervisor ist, erfährst du gleich im Anschluss. Wichtig ist, für deine erste Bestellung bekommst du 35%. Weil das Unternehmen möchte, dass du mehr kennenlernst. Dass du mehr von deinem Geld hast. Ja, und das ist wirklich nochmal von Menschen für Menschen. Und wie verdienst du als Partner? Ganz einfach. Du hast Kunden. Ob du das über einen Link machst oder Face-to-Face. Das ist dir überlassen. Du kannst ganz einfach in England arbeiten. Du kannst in Dänemark arbeiten. Du kannst in Spanien arbeiten. In Deutschland. In Österreich. Einfach einen Link schicken. Und zum Beispiel der Kunde Arm. In dem Beispiel bestellt für 100 Punkte. 25% sind 25 Euro. Der Nächste bestellt für 200. 25% sind 50 Euro. Zack. Das steht auf deinem Wallet. Du hast es verfügbar. Du siehst sofort, was hast du verdient. Und das ist das Tolle bei uns. Und jetzt werde ich Supervisor. Weil ein Supervisor hat viel mehr Vorteile. Was hat der Supervisor an Vorteile? Und wie wirst du Supervisor? Das erkläre ich dir jetzt. Bei uns gibt es drei Möglichkeiten, Supervisor zu werden. Sprich, dein Ganzes zu verdoppeln. Die erste Möglichkeit, in den ersten sieben Tagen deines Starts bei Snap, machst du 600 Punkte. Du zündest den Turbo. Du haust rein. Du haust richtig los. Und wie du das machst, gibt es auch wieder Unterschiede oder Beispiele. Du sagst, okay, ich hole mir alles selbst, dass ich einfach was habe zum Vorzeigen, zum Konsumieren. Mein Nachbar will, meine Familie will. Mach 600 Punkte. Du kannst, musst aber nicht. 600 Punkte sind so um die sieben, siebenhundertzwanzig Euro. Das zweite Beispiel ist, du bestellst für dich, natürlich, du musst dir das Produkt kennenlernen. Du arbeitest mit Kunden. Du arbeitest mit Partnern, nur Kunden, nur Partner, wie du möchtest. Ja, die erste Woche, 600 Punkte und du bist Supervisor. Die zweite Möglichkeit ist, einmalig 1000 Punkte machen. Einmalig. Das heißt, mit Kunden, mit Partnern. Ja, du planst das Ganze. Das ist einmalig 1000 Punkte im Monat. Die dritte Möglichkeit ist die Verkettung. Das heißt, du arbeitest im Team. Und wie arbeitest du im Team? Das heißt, du hast jemanden, du sponserst jemanden, die Person macht 600 Punkte, du setzt 200 dagegen. Zack, bist du Supervisor über Teamwork. Und was ist der Unterschied bei uns zu anderen? Bei uns in dem Moment, wo du die 600 beziehungsweise die 1000 Punkte durchbrichst, das System wechselt, verändert sofort dein Status. Das ist egal, ob das am 5., am 10., am 23., am 26., am 30. ist. Der Moment, wo du dich qualifiziert hast, bist du Supervisor und hast alle Rechte eines Supervisors. Und was hat jetzt der Supervisor? Ganz einfach, 50% auf seinen eigenen Verbrauch. Also hast du verdoppelt. 50% im Direktverkauf. Denk immer dran, berechnet über den Punktwert. Und jetzt als Supervisor bekommst du Bonus auf dein Team. Ja, weil du bist jetzt der Häuptling. Du bist der Kopf deines Teams. Du bekommst 15 oder 25%. Warum 15? Die Erstbestellung, kannst du dich erinnern, geht mit 35%. Sprich, 15 ist für dich, für die Erstbestellung. Und danach immer 25%. Bei uns wird immer 50% Bonus ausbezahlt. Wenn der Partner 25 hat, hast du 25. Hat der Partner 35, hast du 15. Arbeitest du im Endgeschäft, hast du 50%. Und jetzt baust du dir eine lebenslange Rente auf, ein passives Einkommen, wie du das nennen möchtest. Das ist hier die Möglichkeit. Und das ist nochmal der Unterschied zwischen einem Supervisor und einem Partner. Ja, die 25% sind für dich, dass du deinen Partnern hilfst, dass du zur Seite stehst. Das ist deine Aufwandsentschädigung, kann man sozusagen dazu nennen. Was passiert, wenn dein Team auch loslegt und sagt, ja warum soll nicht nur mein Supervisor Supervisor sein, ich will es auch. Also hilfst du deinem Team auch Supervisor zu werden. Aber da natürlich ist ja ein Patt, weil die Supervisoren haben ja 50%, also es gibt keine Bonus-Differenz. Da habt keine Sorge, bei uns tritt dann das Royalty-Bonussystem in Kraft, das ist 5, 8, 6. Erkläre ich gleich nochmal weiter in einem Beispiel. Und mit 600 Punkten entblockst du das. Das heißt, du kannst mit einer einzigen Linie arbeiten. Du musst nicht immer gegensteuern, du musst nicht Gegengewicht machen. Nochmal eine Linie und das, du kennst das vielleicht bei anderen. Bei uns mit 600 Punkten, mit Endkunden, mit ein paar Restpartnern, mit Einbestellung, schalst du das frei und kannst mit einer einzigen Linie Geld verdienen. Du hast immer deine Bonusse und ich baue die ganze Mappe mal auf, erschreckt mich. Es sind viele Pfeile, viele Beispiele. Wir gehen eins zu eins nach. Es dauert ein bisschen, weil man muss erstmal in dieses Ganze reinkommen. Deine Partner hast du immer 25%. Auf deine Kunden hast du immer 50%. Und wir sprechen jetzt von einer einzigen Linie. Von einer einzigen. Das heißt, du hilfst jemandem, Supervisor zu werden. Wir nennen ihn jetzt mal Supervisor 1. Das heißt, du bekommst 5% von seinem Umsatz. Der Supervisor 1 hilft wiederum jemandem, Supervisor zu werden. Also ist das für dich der Supervisor 2. Das heißt, zwischen dem 1er und dem 2er gibt es auch die 5%. Wie du hast die vom 1er. Aber für dich ist der Supervisor 2 an der zweiten Tiefe. Du bekommst jetzt 8%. Und der Supervisor 2 hilft wiederum jemandem, Supervisor zu werden. Dann bekommt der 2er von 3er 5%. Das ist diese Linie. Und das heißt, der 1er von 3er 8%. Und du 6%. Jetzt, ich weiß, man ist verirrt, aber mach dir das nicht. Das ist immer 5, 8, 6. Auf den ersten Supervisor 5. Auf den zweiten 8. Auf den dritten 6. Und das Gleiche fängt dann wieder an, wenn jemand unter dir ist mit dem Supervisor wieder so und so. Geht das in die Tiefe runter. Und wir sprechen nur von einer Tiefe. Ja? Und von einer Linie. Von einer sogenannten Struktur. Baust du dir daneben wieder auf, fängt das Gleiche wieder an. Alle deine Partner, Kunden, egal ob das 30, 40, 100, 150 unter dir sind, laufen immer bei dir oben zusammen. Ja? Und das ist das Schöne und das Gerechte bei uns. Jetzt ist auch noch eine schöne Sache. Das heißt, der Monat ist rum. Und du hast 3000 Punkte faktoriert. 3000 Punkte. Dass du einfach eine Vorstellung hast, sind so um die 3.500 Euro Umsatz. Zu den ganzen Bonussen bekommst du nochmal on top 300 Euro. Das spricht bei 3000 Euro, äh bei 3000 Punkten hast du ungefähr 1000 Euro Einkommen. Ja? Und wir sprechen hier immer von deinen Eigenpunkten und von der Gruppe. Wenn du Supervisoren hast, die nennen wir Royalities, die sind weggerechnet. 10.000 Punkte bekommst du on top 800 und dann hast du, dass du da eine Vorstellung hast, hast du 3000 Einkommen. Warum mache ich jetzt genau dieses Beispiel? Weil ich euch jetzt was Tolles an die Hand gebe. Nochmal. Bentra, klassischer Marketingplan, 3000 Punkte, um die 1000 Euro Einkommen. So. Gleich nach diesem Folder zeige ich euch was Interessantes. Nochmal eine Zusammenfassung, was du als Vorteile des Supervisors hast. 50% Rabatt für deinen eigenen Einkauf und im Endkundengeschäft. 15 oder 25% aus deinem Netzwerk. Du bekommst bis zur 8. Supervisorenstufe in einer Tiefe und du hast Zugang zum Karriereplan. So und jetzt bitte aufpassen. Was ist das Neue, was ist das, auf Deutsch gesagt das Geile, unser Garantiebonus? Was musst du machen, um in diesen Garantiebonus zu kommen? Ganz einfach, im Februar, in diesem Monat, du hast ab heute noch zwei volle Wochen. Supervisor werden 600 Punkte in deiner ersten Woche oder wenn du schon bestehen bist. Länger wie eine Woche, 1000 Punkte bis Ende des Monats. Und du bist Supervisor. Was bekommst du? Du bekommst jetzt im März, im April, im Mai und im Juni vier volle Monate einen Garantiebonus. Für jede 1000 Punkte, die du machst mit deinem Team, bekommst du 500 Euro Bonus garantiert. Sprich, machst du 1000 Punkte, 500 Euro. Machst du 2000 Punkte, 1000 Euro. Machst du 3000 Punkte, 1500 Euro. Und jetzt bitte nochmal hören. 3000 Punkte sind 3500 Euro Umsatz mit der Gruppe. Und du bekommst 1500 Euro garantiert für die nächsten vier Monate. Du kannst dich bewegen in diesen zwischen 1.000 und 3000 Punkten. Ja, das heißt, wenn du jetzt sagst, okay, im März gebe ich Gas, ich mache im März 3000 Punkte, hast du 1500 garantiert. Der April machst du nur 1000 Punkte, dann bekommst du die 500. Wichtig ist, nicht unter diese 1000 zu gehen, weil dann kommst du aus dem Garantiebonus raus. Dann bekommst du ganz normal den Bonus nach klassischem Marketingplan, der sehr gut ist. Aber wir haben kein Geld zu verschänden. Also daher immer 1000 Punkte machen, am besten immer 3000 Punkte und du hast 1500 Euro, Leute. 1500 ist viel, viel Geld. Und du hast das garantiert für vier Monate. Also, das ist eine gigantische Chance. Was ist noch der Vorteil bei uns? Bei uns setzen sich die Punkte nicht zurück. Bei uns gibt es eine Karriereuhr, ja. Das heißt, deine Punkte laufen Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat auf eine Karriereuhr. Die laufen weiter, ja. Mit 200 Punkten bestätigst du immer deinen Supervisorentitel. Das musst du nicht mal eine eigene Bestellung machen. Das heißt, wenn du Kunden hast, wenn du Partner hast, die bestellen 200 Punkte, bist du safe. Ja, das ist kein Problem. Du hast nicht diese Verpflichtung, jeden Monat Eigenumsatz zu machen. Mit 600 Punkten entblockst du dein Royalty und hast du 40.000 Punkte, bist du Saphir, mit 120 den Rubin, dann den Esmeralde, Diamant, Black Diamond, Chairman, Founder. Leute, das ist eine Riesenchance. Wir haben hier einen Markt, einen Jungfrauenmarkt. Wir haben hier ein Top-Produkt. Wir haben einen Top-Marketingplan. Wir haben ein junges, modernes, frisches Unternehmen. Wir haben ein engagiertes, motiviertes Team. Das geht nur nach vorne. Und es gibt noch was. Wenn du Saphir bist, entblockst du dir eine Supervisorenstufe und bekommst jetzt noch 1% Bonus. Bei anderen nennt man das den Jahresbonus. Mit Rubin machst du dir den fünften Entblocken, bekommst 2%. Dann geht es so weiter, 3 bis 6%. Ich mache euch mal ein ganz kurzes Beispiel. Wenn du ungefähr 40.000 Punkte im Monat machst und du bekommst 3%, sind das 1.200 on top, zusätzlich zu den ganzen Bonussen. Und das ist einfach, da diese 1, 2, 3, 4, 5%, das ist richtig gelb, was on top noch oben drauf kommt. Bei uns bekommst du kein Angebot auf irgendein Produkt. Weil die Philosophie des Unternehmens ist, das Produkt hat seinen Preis und wird nie verramscht. Wenn es ein Angebot gibt, dann bekommst du das als Partner. Dass du 100, 500, 1000 Euro mehr verdienst, das ist ein Angebot, das ist doch was. Das ist eine Grundlage. Und ich habe diese Vision. 10 Supervisionen, 100, 1000. Schau dir das an. Zahlen real aus dem Unternehmen. Ja. Lass es dir auf der Zunge vergehen sozusagen. Und warum? Snap. Snap ist ein italienisches Unternehmen. Es ist made in Italy. Ihr werdet sehen, die Eleganz. Die Italiener. Wer macht den besten Kaffee? Die Italiener. Wer ist Fashion? Die Italiener. Das wirst du sehen. Du hast einen Vergütungsplan, der wirklich modern, frisch ist. Du hast hier kein Limit. Du kannst machen, was du möchtest. Du bist frei in deiner Entscheidung. Du kannst mit null Investitionen starten. Wichtig ist, teste das Produkt. Und du kannst jetzt dir was bauen. Was aufbauen für dich und für deine Familie. Kannst das vererben. Und wie kannst du am besten die Produkte kennenlernen, ist, teste unsere Magic Bottle. Was ist diese Magie an dieser Flasche? Du lernst mit dieser Flasche fünf Produkte kennen. Real Vita. Vitamine. Was dein Körper braucht. Real Komplex. Du säuberst deinen Körper. Real, unser Tee. Ich sage mal, unser Hochdruckleiniger für deinen Körper. Real Fibre. Mach das Innere sauber. Und Aloe Vera. Wir haben bis 99,8 Prozent reines Blattgel. Ja. Diese Kombi ist ein Knaller. Und du kannst schlafen. Du kannst wieder besser denken. Dir geht es besser. Du hast mehr Energie. Du fühlst dich voller Kraft. Ja, das ist nicht nur zum Abnehmen. Und mit dieser Magic Bottle wirst du dein Leben verändern. Und nicht nur deins. Sondern so vielen Menschen. Ja. Bei uns ist die Anmeldung gratis. Du startest los. Lass dir den Link geben. Ich kann es euch nur sagen. Es sentiert sich. Du hast kein Risiko. Du hast keine Verpflichtung. Du hast hier nur was für dich, was du erreichen kannst. So. Und. Untertitelung des ZDF, 2020